Was ist denn das denn? Ja, so. Ich dachte gerade, was ist denn das? Den haben wir auch schon gespielt. Den Bruticus. Ich schwebe wie eine kleine Biene. Gut, die fliegt, aber egal. Alter, nimm doch wie alles auseinander. Dankeschön. Und jetzt geh sterben. Ich habe nichts zu kaufen. Okay, das war wahrscheinlich getriggert. So. Ja, ich meine gescriptet. Ich bin auch... Heute habe ich es nicht so, aber ist egal. Je mehr ich mit verspreche, das ist so lustiger wie das Video. Ich muss wissen, wenn man ein bisschen Schild wieder oben ist. Wir schießen doch, ja, dann versuch zu zielen. Auf Deutsch übersetzt. Ach, weißt du was? Ja, ein bisschen höher vielleicht. Ach, die hat... Die zieht... Die zieht nicht tief, das heißt... Sie schießt gerade. Ich dachte, die geht nach unten. Hm, sonst noch was? Ja, wenn je, die haben wir schon. Wo, 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 wo? So, weg mit dir. Nachladen. Der hat wirklich eine starke... Das überlebst du nicht. Ich hoffe, ich finde noch Munition für den Verschrotter. Der ist nämlich super gut. Bis da hoch. Ja, da haben wir doch schon... Ich bin auch wieder gleich voll geheilt. Äh... Ne, 15.000 oder so brauchen wir überhaupt. Äh... Ich glaube, das ist... Ich will das gar nicht unbedingt hier reinmachen. Komm ich hier nicht durch? Ne, komm ich nicht. Jetzt ein Pfeil. Ach. Es hat ja Pfeile. Dann geht doch dem Pfeilen nach. Warum hab ich das jetzt getan? Die muss da hoch. Ich kann aber nicht schweben. Ne, nicht schweben. Sniper, auf dem Pfeil. Schon witzig, dass die dieselben... Ey, du. Dass die dieselben... ...Gefiecher halten. Alter. Echt jetzt? Wolltest du mich nerven? Wo ist der letzte? Da war doch noch einer. Okay. Wie auch immer. Komm in Autobot City. Optimus. There are reports on the battlefield that Megatron is alive. Are the reports confirmed? Here's your confirmation. Megatron, du bist funktional. Never felt better, Prime. If you're here for Trypticon's Power Corps, then your cause is as desperate as ours. End your aggression. We can work together. Your pathetic ideals have turned Cybertron into the barren wasteland it has become. You are the cause. I am the solution. You deserve no less than the oblivion I will bring to you. Goodbye, Prime. Megatron is not too much fun. There are already enemies on us. I don't know. I don't know. You are the best, Megatron. Deadwurst, stress. Ich hab mir einfach niemals den Splittermogel geschnappt. Lern fliegen. Wann ist er denn zu hinten? Der ist geflogen. Der ist schön geflogen. Cool. Ja. Irgendwie stimmen hier die Hitboxen nicht mehr ganz. Megatron, die anderen Parten sind in der Nähe von 30 Füchern. Kann ich da runterballern? Nee, ich bin mal jetzt da runterkomisch. Ich bin so offen. Juhu! Hier kommt Megatron! Ach du Scheiße. Jetzt ein paar von denen. Von hinten und von vorne. Verdammt, verdammt, verdammt. Kommt schon. Das hat nicht funktioniert. Ja, 7%. Das war so klar. 7% kein Chill mehr. Wie soll ich das bitte machen? Echt jetzt. Manchmal bin ich so schlecht. Hier ist ein Hitbox. Nee, den triff ich so nicht. Ach, ich kann ja zielen. Wann fährt mir das jetzt auf? Mal sehen. Den sollte ich krill... Falsch. Ja, den. gut, ähm... Gut, ähm... Warum kann man nicht so viel Leben haben wie Multiplay? Nämlich 300. Das ist schön. Und viel die größten Überlebenschancen. Die größten Überlebenschancen. So. So. So, so, so. Das ist, was ich nicht alles in den letzten 10 Minuten gesagt habe. Hänge ich jetzt? Zum Glück nicht. Diesmal ging es ein bisschen besser. Wo bist du? Boah, eh nicht genug Energon-Splitter. Nee, haben wir nichts. Gut, dann geht es weiter. Weiter mit dem Spielchen. Das ist der Pathfinder. Ja, Wegbegleiter. Wird Begleiter. Wird Wegbegleiter. Auf Englisch heißt der natürlich Pathfinder. Oder sowas. Nein, stimmt gar nicht, dass das war ja Warpath. Jetzt verwechsel ich was. Lu, 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 lu. Wie beim Kayano-Wu. Wo man das... Solche Schießbuden schießen erinnert mich das ein bisschen. So, so. Ich verbrate hier Munition bis zum Ende. Aber ist scheiße. schon effektiv aus der Nähe, ne? Das wollte ich eigentlich nicht, aber... gut. Wenn man jetzt wirklich langsam in dieser Form... in dieser Form... wirklich sehr langsam... Willst du dich mit mir anlegen? Nein, ich will dich zerlegen. Zitat aus Transformers 1. Also aus dem Film. Ne. Ich habe meine... Zweite Waffe. Ich gehe ja gleich hoch. Wir sehen, wie das rumliegt. Was... war das? Und was bist du? Oh, Sticky Grenade. Ja, da ist... Ne. Das man schillt instant down. Die sind doch mal... heftiger. Finde ich doch. Die haben nur was drauf. Hm. Ich habe ein Problemchen. Ist eine dieser größeren Gegner vor mir stehen. Unter 5. der Kleineren. Ist der Soldaten oder Raketensoldaten? Heißt du, ich glaube. Bei der Sniperwache wird ja den Namen... also bei der Sniperwache wird den Namen angezeigt. Hier ja nicht. Wie schreitst du dich! Da weiß ich, dass die... Raketensoldaten heißen. Ich sollte das brauchen! Ah, schön. Wir haben jetzt... Ja, ein bisschen was. Ah! Boah, das war jetzt... Glück. Da habe ich jetzt aber Glück, bis ich genug schnell Kuh gedrückt habe. Ne, das war ich doch so. La, 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 la. Hm. Sterbe ich hier? Wir müssen nur hier durch, wenn es nicht... Ja. Fall zurück, fall zurück! Okay. Ist das was Schlimmes? Sterbe ich mich da, als ich das Laser durchgehe? Aber es ist jetzt aus, als könnte ich rüberschweben. Hm. Vielleicht bräuchte mal irgendwie ein Würfelchen. Was schießt? Das da hinten schießt. Ich treff's doch. Nein! Nicht Granate, nicht Granate, nicht Granate. Gut, die hat mir nichts getan. Diese Fußpilze, äh, Fußsoldaten weg. So, das ist schon down. Da haben wir noch mal eins. Da haben wir noch einen von diesen. Aber es trifft mich hier nicht. Aber ich hab keinen Hitmarker. Ich versuche immer zu zielen und dann fahr ich vorwärts. Geht's endlich mal down? Jetzt. So, jetzt könnte ich mal einen Teletron brauchen. Kann ich da stehen? Kann ich. So, mal sehen, ob das geht. Ja, ich kann tatsächlich hier wahrscheinlich leben. Noch, noch was. Jawoll, ja. So. Ähm. So, jetzt aber. Frage ist, war das jetzt Verschwendung? Und die Frage ist, wie lang wird das Schild online? Jetzt ist es weg. Ja, online war jetzt der falsche Begriff. Aber egal. Juhu. Das ist aber so knapp. Uninteressant, weiter im Spiel. Was ist denn das? Ja. Was ist denn das? Vielen Dank.